Als du den Baum herunterkletterst, springt er dich an und drückt dich. Danke! Oh, ich danke dir so sehr! Kein Problem! Entgegnest du kichernd. Komm, wir müssen nur den Hügel auf dieser Seite runter, dann sind wir gleich da. Du gehst vor und Patsch trottet dir hinterher. Es dauert nicht lange, da öffnet sich der Wald zu einer großen Ebene. Du siehst einen Fluss und den riesigen, zugefrorenen See. Patsch erkennt die Herde und stürmt voller Freude auf sie zu. Mama, Mama, ich bin ja so froh, ruft Patsch und wird von seiner Mutter, dem größten Tier der Herde, herzlich begrüßt. Voller Freude stampft euch der riesige Dinosaurier entgegen. Patschs Mutter ist größer als ein Nashorn und fast so lang wie ein Autobus. Sie ist über und über mit einem Federgleid bedeckt. Patsch, so ein Glück! Ich habe mir schon solche Sorgen um dich gemacht. Ich habe dich überall gesucht. Du weißt doch, dass du nicht allein in den Wald darfst. Patschs Mutter scheint zwar verärgert und streng zu sein, aber noch viel glücklicher darüber, ihr Kind wieder bei sich zu haben. Ich weiß, antwortet Patsch kleinlaut, ich mache das auch bestimmt nie wieder. Ein Glück, dass mir dieses Menschenkind mir geholfen hat. Ich weiß nicht, ob ich es ohne Hilfe geschafft hätte. Das war wirklich sehr freundlich von dir, sagt Patschs Mutter voller Anerkennung. Ich werde dir das niemals vergessen. Komm uns doch gerne bald wieder besuchen. Vielleicht im Sommer, wenn die Blumen blühen. Dann ist es hier noch viel schöner. Ich gebe dir das nicht. Vielen Dank.